Okay, ähm, ihr kennt ja noch, ähm, für die Leute, die die ganze Zeit aufgepasst haben, ihr wisst ja noch, dass hier noch ein Forscher war, der meinte, da kann ich jetzt nicht mehr durch, äh, ich kann jetzt irgendwie durch und bin hier rumgegangen, das ist das einzige, was ich hier gefunden habe, ein Handbuch. Ich glaube, hier kann man noch ausgraben, aber ich bin nicht so jetzt der Ausgraber und wir treffen uns jetzt da oben. Ich wollte nur zeigen, dass man jetzt hier, wo der Forscher war, jetzt hier runtergehen kann, es gibt nichts Besonderes, ich glaube eher mal Dinos, die man hier ausgraben kann. Ist ja schön, aber ich brauche die jetzt nicht und wir sehen uns oben wieder. Okay, Mike, der Kampf war schon ganz hart, äh, war schon hart, das kannst du laut sagen. Max, glaubst du, dass sich dieser Selfie hier noch rumtreibt? Das hoffe ich doch, diesmal will ich es ihm richtig zeigen. Oh ja, ich auch, diesmal macht er uns nicht fertig. War das ein großes Gebiet? Faken. Wir sehen uns unten, oder egal wo, wir werden uns wieder gleich sehen. Ach, leid mich. Okay, es geht weiter. Ja, ich bin bereit. Das ist mein Verarsch. Ihr geht mir auf die Nerven und wollt euch etwa wieder mit mir messen. Hm, da zeigt mir, was ihr könnt. Nach dem Kampf müssen wir uns nur noch gegen... Warum sieht diese Irritator so anders aus als meins? Das ist ein Alpha-Irritator. Ja, Alpha. Okay. Warte mal, wenn ich den jetzt besiegt habe, muss ich nur noch gegen... ...den Opa kämpfen. Dann habe ich wieder das Spiel durch. Stimmt. Hm, okay. Okay. Oh, okay. Hmm, hmm. Schapke bot. Er hat eigentlich noch eine neue Attacke, ich weiß es ja gar nicht. Hmm. Diese letzte Szenarie hat den Unterschied gemacht. Sei glücklich. Warum hat er die Zahnbürste von hier? Oh, okay. Aber, Entschuldigung, aber, dass es doch so ist Zahnbürste, was willst du denn bloß damit anfangen? Ähm, äh, überhaupt nichts. Ach du Scheiße, er hat es in den Arsch geschoben. Äh. Ich bin mir nicht so, ob du die überhaupt zurückhaben willst, oder Mike? Dieser Service ist mir immer noch ein Rätsel. Ah. Uiih. Restorierungsraum. Ich geh mal gleich zu Dino-Mann, um zu gucken, ob ich jetzt hier irgendwie jetzt gedüngte Dinos habe. Ich hab jetzt so gesagt 6 Minuten fertig Nein, eigentlich weniger, wenn man das noch perfekt schneidet Oh, wir kriegen Alpha-Iritator Du besitzt nichts Yay, das hört man ja gerne Man besitzt einfach nichts Okay, jetzt bleibt eigentlich nur Antarktis übrig Willst du mich grad verarschen? Ich hab... Ah, der regt mich so auf Hab ich 83 Saurier? Ich hab 6 Fragmente Wie viele Fragmente gibt es? 7? Wir müssen jetzt zu den Antarktis, ja Aber es gibt ja noch in Nordamerika noch eine Stelle Yay, wie ich mich darauf freue Dieses fucking Game macht mich fertig Mit den letzten Xing-Shang-Shang Hey, Xing-Shang-Shang, hey Nichts gegen Asiat, nicht mag euch Die weiblichen Meer Du... Oh nein, sie ist weg, sie ist weg Eine meiner Schrauben ist weg Hab ich wieder verloren, ich muss schnell wieder finden Ja, ihr wollt mir helfen, meine Schala zu finden Wir lassen niemanden im Stich Oh, ihr seht's zu gütig Ich kam gerade von einem Spaziergang durch den Wald Östlich von... hier Der mit den Baumstücken Ich könnte sie da verloren haben Was hast du gesagt? Achso, östlichen Teil Okay, wir wollen ja nach Asiat Was soll diese behinderte Brücke? Okay, ein neues Dino Krach heran Dorn, dorn, sonst haus Äh, entscheidende Aktion Okay, geht klar Ähm... Damit ist er auch tot Ich sammle jetzt keine Dinos mehr Nee Okay, ich hoffe, ich krieg bald die Karte hier dafür Für diese... Der Strudel hier gelegt im Norden Mon Tirana ist im Osten von hier Wo muss ich hin? Ich hab gar keinen Plan, wo die Karte dazu... Was machst du hier? Ich hab gehört, hier soll er Riesenbeine geben Aber eben hier... Riesenbeine? Das brauche ich hier Wie in einem Typen Ich hab gehört, hier soll es Riesenbeine geben Oh ja, klar Oh ja, klar Was ist für ein Bohrer, Mann? Wo hat er das eigentlich versteckt? Was ist das für ein Foss hier? Was ist das für ein Foss hier? Der Hügel, der sich dreht? Ähm... Okay... What the fuck? Ich mach das jetzt nur noch wegen dieser Riesenbeine Dann war es hier Okay... 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 Ich hab jetzt das... Geholt alles... Und keins davon war ein Riesenbein... Lecker mir... speziell gut! L tell... Wie ist es denn? 词... zarpeite... Ich hab mich nicht dabei... Ich назыв didn' wirklich viel mit der Gänköer Du kannst damit nicht den CharIZE Wie komme ich aber außerhalb? Ich fähre wie zum Hündchen. Mann, oh Mann, ich habe keinen Bock mehr. Mann, oh Mann. Mann, ich habe keinen Bock mehr. Mann, ich habe keinen Bock mehr. Noch ein bisschen in der Lose und so. Mann, das ist ein Woah. Mann, das ist doch nicht möglich, was ich gerade mache. Mann, das machtlose Umfeldung. Mann, das macht das. Mann, das macht das. Mann, das macht das. Wieso ist es so groß? Mann. Wie kommt man... Warte, man muss durch das Wald? Ach so. Ach so, so ist das. Jetzt verstehe ich. Und wessen Händchen bist du? Was? Oh. Was hatte das denn jetzt? Vielleicht sollten wir ihm folgen. Ach ja. Um kurz zu sagen, was für Dinos mich bisher angegriffen haben. Oder an Stegosaurus kennst du ja schon dieses eine blaue Dino, dieses Treceratops in blau mit diesem gelben Horn da, was ihr einmal schon gezeigt habt, was ich habe. Warte mal, ich war jetzt hier. Dieses Gebiet habe ich abgeschlossen. Dieses komplette Gebiet habe ich abgeschlossen. Weg. Jetzt muss ich nur noch hier. Und dann hier. Und dann hier. Und dann da. Ob ich nichts anderes zu tun hätte. Hallo? Wuff? Hm, ich schätze, wir sollten ihm folgen. Vielleicht bringt er uns ja weiter. In was denn? Vielleicht zeigt er uns ja, wo das Riesenbein ist. Wuff, wuff, wuff. Hilfe, er fängt nicht an. Der Killerwolf. Das ist kein Killerwolf. Das ist kein Wolf. Hallo? Herr Hund, ist hier überhaupt zu? Ah, zu Hilfe. Und da soll das Riesenbein sein. Sieh doch, der Hund lag immer noch weiter. Denkwollern, das ist vergrammlos. Wir bundeln mal. Meinst du, Max? Du lässt dir wohl einen Hund Ratschlüge geben? Ja, und krab einfach. Na gut. Jetzt haben wir das Riesenbein, oder was? Riesenbeine erhalten. Jetzt habe ich alles. Oder? Schaue ich mal nach. Mit, äh, den Sauberfossilien. Schlüsselgegenständen. Wagenflasche, Riesenkörper, Riesenbeine. Ich glaube, mir fehlt eins. Ach, kack auf diese Mission. Ganz ehrlich, kack drauf. Hä? Man kann doch runter. Ja. Was? Sie hat ja irgendwie gelapert, dass sie bei irgendeinem Bombenstumpf ihr Ding vergessen hat. Okay, dann gehe ich erst mal nach unten. Immer wieder die gleichen Dinos. Habe ich eigentlich mit dem Opa darum geredet? Ich weiß es gar nicht. Äh... Hm, okay. Ich kann mich an diese Mission nicht erinnern, aber naja. Geht noch. Dill-dill-dill. Was? Was? Klar, ich erinnere mich an sie. Sie war auf einem Spaziergang. Sie hat Rast gemacht und ist dabei eingenehm. Wenn sie anschnitte, äh, hat ihr ein Dieb die Schale gestohlen? Ja, er sagt, ich bin ein schlauer Bursche. Dann hat er blöd gegrinzt und in der Säcke ran. So ein Spinner. Die Dieb? Er klingt ganz nach. Ja, das muss dieser Dory sein. Warum will er sowas klauen? Ich meine, Schale gibt's doch hier wie Salt-Ameer. Naja, bis später. Wer ist Dory? Wir sind Kuttgart, ein Schwung crent. Soll ich jetzt Schalen ausgraben gehen, oder was? Sehe ich irgendwie ihr Hobbylos aus? Okay. Ich untersuche das ganze Gebiet, rede noch mit dem Opa, wenn er irgendwas Wichtiges sagt. Zeige ich rein, schneide ich das noch rein. Wenn nicht, dann zeige ich nur, was er erzählte und dann treffen wir uns dann hier wieder. Also bis gleich. Okay. So, ich habe da nachgeguckt. Ich konnte nichts ausgraben. Dann habe ich gedacht, ich rede einfach mit der Frau. Und die wollte einfach nur antike Schale haben. Hm. Ich weiß nicht, meine Schale war irgendwie anders, aber diese hier sieht sehr wunderbar aus. Das nenne ich ein Happy End. Und wir wissen, dass ihnen die Schale nicht runterfiel. Ein Dieb hat sie jetzt schon. Jetzt ist ein... Äh, okay. Gar nicht genug danken. Sie sollten vorsichtig sein. Passen Sie auf, dann sehe ich ja. Äh... Yeah, danke, dass Sie da meinen... Ja, okay. Wir sind die Retter der Welt. Yay. Und ich weiß, wer Dori ist. Das habe ich auch gerade rausbekommen. Das ist dieser... Das habt ihr bestimmt schon gewusst. Dieser hier. Der Dieb hier. Und wir sehen uns beim alten Mann. Hier, wenn er irgendwas erzählen hat, schneide ich rein. Wenn nicht, dann treffen wir uns hier wieder. Okay.